das ist viel für den ersten tag nicht zu fassen dass ich hier doch aber wir sind hier herzlich willkommen meine lieben hier ist der opa mario der alter sagt von holst und tv und ich wünsche natürlich wie immer gute unterhaltung auch in dieser neuen folge bei hockwart legger sie handbuchseiten hocks mit also wie viel handbuchseiten habe ich noch mit ist wo war denn der blöde spiegel jetzt da ist er das ist doch der baum oder nicht ich kann auch nicht weiter geht es nein Ich wünsche dir helfen. Im magischen Tag. Okay. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Na, Hogsmeade ist schon cool. Noch cooler wäre natürlich, wenn man sich auch so zurechtfinden würde. Schon mal ohne Karte, ne? Das wäre schon mal auch nicht schlecht, ne? So, mal sehen, wie viel Geld wir kriegen. Als Gesetzesfüter in einem kleinen Dorf wie Hopp. Ach, das war Scherriff oder? Nö, bleib doch da, ich komme noch zu dir. Ich komme zu dir. Beatrice. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Schauen wir doch erst mal, was sie mir für, ne? Und so. Ich habe ja kaum Geld. Guck mal hier, was du alles kriegen kannst. Schöne, schöne Sachen. Ihre Sachen sind bei mir sicher, bis sie verkauft werden. Dann müssen sie sich mit Geld begenüben. Den Mücken nimm ich nicht mit Geld, okay. Wenn es sein muss. Oh, gepflegter Hexerhut. Warum habe ich denn die nicht? Das ist ja gut. Sie haben es ausdeckt hinter den Ohren. Wie sie die ganzen Kobalte verjagt haben. Ja, ne? Ja, so bin ich. Das habe ich jetzt, habe ich jetzt schon verkauft mein Zeug, was ich, durch so was passiert. Das nämlich, ich weiß. So, 924. China Kohl und was hast du denn alles? Dünger. Auf jeden Fall bei Raune brauche ich. Kaukohls. Kaukohl. Raune. 800. Raune. China Kohl. Mal aufschreiben. 600. 600. 600. 600 Geld. So. Und den. Kaufen wir gleich. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätig. Ja. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich habe noch große Aurel der Sommer. So. Auch jetzt gehen wir in den Wald. Jetzt gehen wir in den Wald. Meine Zauber. Meine. Ach so, die. Sorry. Falsche Taste. Ich mache mal den. Ach so, aufsetzen kann ich nicht. Wenn sich eine gute Gelegenheit bietet, sollte man sie mit beiden Händen ergreifen. Wie schön sie zu sehen. Ja. Eine Überschwemmung oder was? Oder? Ja. Ein Schloss. das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein ich will noch die armen leute oder nicht schon mal probiert zu reparieren aber es ging ja nicht das ging ja nicht ja Straßenküterfell. Ach, da sind doch. Ach, das war schmerzhaft. Ich sage es hier. Tschüss. Ich dachte, du solltest dich behaupten. Oh je, das war nur Glück. Ich sage es hier. Ja, ich weiß nicht. Kein Geld, kein. Hm. 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 Ja. Ich sage es hier. Hey, mach doch keinen Scheiß. Hallo, Papier. Bisschen hin, bin ich wieder hoch. Ohne diesen blöden Wachdienst könnte ich mich nützlich machen. Ich sage es hier. 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 Ja, deshalb lieber, deshalb gehe ich oft gerne nur zu Fuß. Aber vielleicht haben sie ja noch was. Ach, was ist das denn? Okay. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich mache eine schöne Beute. Ich habe hier noch Geldmacher. 600 Geld brauchen wir noch für den China-Kohl. Okay. 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 Was ist das? Okay. Okay. How good though? Yo. Uh. 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 Nee, lass mich erst mal.